Hey Leute, ich bin's, Mac Peverick. Ja, euer Rasenmäher will nicht anspringen. In diesem Video möchte ich euch mal die Ursachen nennen und auch die Lösungen dafür, und zwar hier am Beispiel meines Benzinrasenmäher. Ich möchte aber auch dabei auf Elektro-Rasenmäher eingehen. Ja, als erstes solltet ihr mal nachschauen, ob entsprechend hier Sprit im Rasenmäher drin ist. Beim Elektro-Rasenmäher natürlich prüfen, ob die Steckdose Strom hat oder eben, ob der Akku entsprechend Kapazität hat und geladen ist. Dann solltet ihr mal die Zündkerze überprüfen hier. Zündstecker dafür abmachen. Ist hier ein bisschen fummelig bei dem hier. Und ja, die rausdrehen mit einem Schraubenschlüssel und gucken, ist die verschmutzt oder ist die vielleicht total nass, weil ihr den Rasenmäher abgesoffen habt. Das kann nämlich auch ein Grund sein. Wenn die Zündkerze nass ist, weil ihr den Rasenmäher abgesoffen habt, dann zieht die mal raus, trocknet die ein bisschen ab, wartet mal so 20 Minuten, bis das Ganze auch so von sich noch ein bisschen trocknet und dann versucht nochmal den Rasenmäher zu starten. So, da will man den Rasen mähen. Der Rasenmäher geht nicht, dann fängt es auch noch an zu regnen. Jackpot würde ich sagen. Im nächsten Schritt, ich habe ja jetzt das Zündkabel rausgemacht, ihr beim Elektrorasenmäher trennt den Stromkreis, gucken, ob das messerfest ist. In dem Fall ist es alles gut, das läuft. So, das Wetter ist jetzt wieder ein bisschen besser geworden. Ich habe eine kleine Pause gemacht. Zu lange Standzeiten, die können auch noch verantwortlich dafür sein, dass der nicht anspringt. Zum Beispiel im Frühjahr dann, wenn er im Winter über gestanden hat. Deshalb sollte man so einen Rasenmäher auch immer warten, bevor man den im Winter einlagert. Wie man das macht, habe ich euch einfach unter dem Video verlinkt. Da zeige ich auch so ein bisschen, wie man Zündkerzen wechselt und all so was. Ja, zu lange Standzeiten. Ganz wichtig, hier ein bisschen mal punkten, damit auch aus dem Tank das Ganze wieder im System drin ist. Beim Akku kann es natürlich sein, dass der Tiefenentladen ist über den Winter. Der sollte natürlich nicht in der Kälte draußen verpackt sein. Wenn ihr das trotzdem gemacht habt, unten habe ich euch auch mal ein Video verlinkt, wie man Akkus dann entsprechend wiederbeleben kann, wenn die Tiefenentladen sind. So, ich probiere jetzt meinen Rasenmäher nochmal aus. Weil es zu langen Standzeiten war, kann man es auch manchmal probieren mit mehreren Startversuchen. Dann funktioniert das. So, mal schauen. Dann ist er wieder gekommen. Ich vermute mal, bei mir war es das Problem, dass er mir abgesoffen war. Das Ganze ist ein bisschen nass geworden. Ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht aufgrund der Regenunterbrechung und dann läuft er wieder. Und jetzt kann ich den Rasen auch wieder mähen, wenn er noch ein bisschen abgetrocknet ist. Ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Macht's gut. Bis dann. Euer MacPeperic.